Das Buch Freg du Zwerg von Finn Ole Heinrich ist im Hansa Verlag erschienen. Freg du Zwerg, Freg du Zwerg, Freg du Zwerg, Freg du Zwerg, Freg du Zwerg. Fregs Mutter ging alles allergisch, was Spaß macht. Echt schräg. Sein Vater sagt nur Gute Morgen und Gute Nacht, sonst fast nichts. Freg du Zwerg, Freg du Zwerg, Freg du Zwerg, Freg du Zwerg. Vor allem Andi Kolomberg. Ey du Kackvogel, wie siehst du aus? Freg wünsche ich einem Hund einen großen und gefährlichen. Stattdessen findet er ein Ei. Ja, ein Ei. Mit Haaren drauf und drinnen rumpelt es. Aus dem Ei kommen Zwerge. Komische, beknackte, ziemlich coole Zwerge. Jetzt ändert sich alles für Freg. Und er wird endlich frei. Ich finde am Buch am besten, dass die Zwerge auf das Freg Haus gekommen haben. Ich fand am besten, dass Freg ein Wolkenzimmer für die Zwerge gemacht hat. Das Freg das Ei gefunden hat.